Das sieht so gut aus auf meinem Laptop. Wir sehen so knackig aus. Alles sieht so knackig aus. Sie sind doch knackig, ich mein, hallo? Guck, siehst du, wir haben jetzt zwei Camps hier. Wir haben jetzt zwei Camps. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Ich glaube, in... ...die Richtung. Jetzt sieht man mich ja bei dir auch. Ich muss ja aufpassen, was ich mache. So, Hose aus, was? Aua, aua, blöde Miezi-Katze. Aua, Hilfe. Oh nein. Oh, und der hat so einen großen Wendekreis. Ich kann die nicht angreifen. Soll ich dir helfen kommen? Ja, bitte. Wo bist denn du? Die beißt mir ganz in den Popo. Und ich kann die nicht angreifen. Ich bin dann an einem See. Ah, da hinten bist du. Ich komme. Töte sie nicht. Ich will dich retten. Das wäre so ein sinnloser, dass ich hier bin. Stop. No. Aua. Aua. Verdammt. Sind die arg schwer? Nein, das ist nicht so schwer. Sind die arg schwer? Aua. Aua. Das ist übrigens Terry, der T-Rex. Es ist ein weißer T-Rex. Das ist Ralfi. Der hat alles überlebt. Unsere Basis wurde schon so oft von Dinos überrannt. Von hochleveligen T-Rexes. Alle Dodos tot. Alle Dinos tot. Aber Ralfi. Ralfi, der Dodo, hat überlebt. Der überlebt alles. Mir fehlt noch Stein. Und zwar eine Menge. Ja gut, eine Menge ist lustig. Sechs Steine fehlen mir. Was ist denn mit meinem Kerl da los? Der guckt aber ganz schön. Hier öffnet sich das Inventar und die ganzen Engrams, die man lernen kann. Also die ganzen Handwerksmaterialien. Oh, oh shit. Oh shit. Oh shit. Scheiße. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist irgendwie so eine Art Experiment von irgendeiner Alienrasse oder so. Was hast du denn gemacht? Was hast du gemacht? Wieso bist du gestorben? Bist du irgendwo runtergefallen? Ich habe einen falschen Knopf. Ich wollte eigentlich kurz hochfliegen und ein bisschen die Map zeigen und habe auszusehen eh gedrückt und bin in meinem Tod. Das passiert jedem irgendwann. Oh shit. Was tust du da? Was zum Teufel? Nichts. Hör auf damit. Nein. Hör auf. Nein. 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 Die gibt Fleisch. Der hat. Habt ihr das gesehen? Der hat meine Leiche geschönt. Und jetzt will er sie essen. Hallo. Ja, weil die gut Fleisch gibt. So viel habe ich gar nicht bekommen. Tschüss. Kannibalismus. Ich nenne das einfach nur opportunistisches Verhalten. Wow. Das ist Kannibalismus. Und dann auch noch meine Leiche. Wenn du deine isst, ist ja okay. Das ist besonders lecker. Wow, so kann man auch einer Frau sagen, dass sie dick ist. Dass sie gut Fleisch gibt. Ich hatte gesagt, du bist zart. Sie ist zart. Das bedeutet nicht, dass sie dick ist. Ich finde ein Filetstückchen. Das ist Beatrice. Unser großer Wal. Ich kann Regenbogen sprucken. Bis hinter mir? Jo. Das wird jetzt spannend, ey. Ich will gar nicht runter. Sobald wir einen Anglerfisch gefunden haben, müssen wir einfach runter hier. Dann baue ich dieses Gehege auf. Und dann schwimmt einer hin, lockt den Anglerfisch an, schwimmt in den Käfig rein. Jemand anders macht dann hinter ihm den Käfig zu. Und da ich ja da diese Doorframes drauf habe, wird man da als normaler Spieler ganz einfach rausschwimmen können. Und die Anglerfische sind so dick, die kommen ja nicht durch. Wir töten mal kurz die paar Haie hier. Ja. Oh Gott, wo bist du? Wo bist du? Äh. Ach, da unten. Ja, hier unten kriegt der Basilosaurus nämlich Damage. Nur noch 150 Stamina. Aber die Geräusche machen mich schon hier kirre. Echt. Oh, ich will da nicht allein runter. Oh, ich muss, oder? Du verlangst ganz schön viel von mir. Oh Gott, wie dunkel das ist. Ah, du meine Güte. Sind sie ein Lampenfisch? Was sind sie? Oh, ich habe einen gefunden. Der folgt mir jetzt. Das ist nur die Frage. Okay. Ich will hier weg. Was ist das? In der Kameraposition sieht mein Arm aus wie ein... Wie ein... Wie ein... Lauchblatt. Das ist ein Wind. Spät, ja. Du bist scheiße. Komm, High Five. High Five. Komm. Elli, komm schon. Elli. Okay, okay, okay. Lass mich nicht hängen. Klatsch. Wir müssen das nochmal versuchen, bitte. Ich habe nämlich eine Idee. Mach mal bitte. Und auf, 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 auf... Wenn ich runtergezählt habe und sage, ähm... Go, dann musst du klatschen, okay? Also. Okay. Drei, zwei, eins, go. Klatsch. Oh, das war gut, oder? So. Beatrice kriegt Damage. Ich muss Beatrice hier irgendwo parken. Und abwärts. Ich begleite sie. Und schütze mich. Ja. Das sieht so süß aus, weil du so klein bist. Ich bin gar nicht klein. Oh, Level... Male. 135 dunkler Astrois. Oh, ich würde sogar so einen haben wollen. Das wäre auch gar nicht. Was ist hinter dir? Ah! Wo war... Oh mein Gott! Äh, furcht. Scheiße. Level 95 male. Weißt du was? Den nehmen wir jetzt. Den Sohn einer... Okay, dann müssen wir jetzt bauen. Scheiße. Ähm... Ich gehe jetzt an den Grund. Das verstehe ich nicht. Google alte Klappe. Ich gehe jetzt... Ich gehe jetzt an den Grund. Und fang an zu bauen. Du müsstest mir... So, dann lockt man die nämlich da rein. Vorsicht! Ja, das ist mal schön. Fischi, fischi, fischi. Das ist der Level 20er. Was fühlen wir denn hier? Verpiss dich. Okay. Ähm, ich komme wieder runter. Oh Gott, Hilfe! Ist das immer noch der 20er? Ich glaube schon. Ich hätte da mich in Ruhe gelassen. Da drüben ist der andere. Der da oben? Mhm. Guck mal, ob das da ist. Fischi, komm her. Deine Mutter war ein Goldfisch. Hallo? Kannst du mir doch folgen? Ich habe wohl kein Interesse. Der schwimmt weg. Dein Vater war ein Guppi. Der Fisch ist weg. Ich will dir nichts sagen. Aber du lässt mich hier gerade am Meeresboden alleine. Das ist doch kacke. Wieso kommt der denn nicht, der Fisch? Vielleicht, wenn ich ihn beiße? Der will nicht. Was ist das denn? Der ist Buggy. Bist du eine Krabbe? Bist du eine Akkri... Oh! Oh! Nicht hingehen. Oh! Die betäuben dich. Und zwar derbe. Okay. Oh shit. Ich merke nur gerade, komm bitte schnell zurück, weil das ist so ganz alleine hier unten echt ein bisschen unangenehm. Ja? Ich weiß. Hier sind überall fucking Aale. Ich versuch's nochmal mit dem blöden Anglerfisch. Komm her. Der verfolgt gar nichts. Der schwimmt apathisch hier durch die Gegend. Ich kuschel gerade mit ihm. Und er macht nichts. Oh! Hey, Bro. Hey, Bro. Ich bin einfach nach oben getaucht und auf einmal taucht was dickes vor mir. Und ich so, oh mein Gott, das ist Beatrice. Oh, jetzt greift er mich an. Komm. Komm, komm. Vielleicht wird's ein bisschen anstrengend, aber immer Stück für Stück so ein bisschen weglocken. Na, komm. Nein! Du hast schon wieder Interesse verloren. Was ist das für eine Bitch? Dann kuschel ihn wieder, bis er wieder Interesse hat. Hey, du. Hey, na? Na, du? Wie wär's? Du, ich. Der weite Ozean. Komm schon. Hey, du, alte Schmollmaus. Ja. Beiß mir in die Flosse. Komm. Beiß mir in die Flosse. Beiß mir in die Flosse. Was ist das für ein Fetisch? Oh, Mann. Der schwimmt immer weiter zurück, als er mit mir mitschwimmt. Das hat keinen Sinn. Soll ich dich mal knabbern lassen, damit du... Na, komm. Knabber mal. Komm. Na, komm. Hey. 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 Hey, Bitch. Ich muss dich, glaube ich, immer wieder knabbern lassen, damit die kein Interesse verlieren. Oh, echt. Ich kotze. Immer wieder knabbern lassen, damit sie kein Interesse verlieren. Das sind Tipps fürs Leben. Na, komm. Na, sieht gut aus. Machst du fein. Klappt aber, ne? Guck mal. Ja, jetzt plötzlich. Dann sperren wir die beide ein und dann schieße ich einfach. Ja. Und dann jetzt lockst du rein. Ja. Und rein. Und rein. Warten. Oh, lol. Oh, lol. Oh, Gott. Äh. Oh. Okay, bleib draußen. Bleib draußen. Ja. Er kommt rein. Er kommt rein. Okay. Jetzt zumachen. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Oh, ich komme nicht raus. Hab ihn. Ich komme nicht raus. Hast du? Ja. Wie bitte? Was? 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 Hey. Hey. Was? Was? Boah, der sieht echt hässlich aus, ey. Ja. Du bist ugly as fuck. Ich liebe dich. Du blöder Fisch. Ist das die Augen? Boah, sieht der scheiße aus. Ich hoffe, wenn jetzt hier irgendwas von hinten kommt, dann kreisch ich. Dann kreisch ich. Ich bin hinter dir. Können wir drauf verlassen. Alles gut. Wenn jetzt hier kein... LOL. Warum bin ich hier drin? Oh mein Gott. Ich hab mich ausgetrickst. Ich suche mir irgendeinen Namen raus von einer doofen Ikea-Lampe und so nenn ich den dann. Let's go. Tell me why. Auf jeden Fall, beraten ist es vorbei mit Ami. Oh, ich hab gedacht, was ist das für ein Geräusch? Ellie. Wie kann ich dich umdrehen? Hast du meinen Namen gerufen? Nein. Ich guck mal kurz, was Ikea für Lampen im Angebot hat. Ja, wollte ich auch gerade machen. Hängellampe. Hängellampe. Treadfree. Kugelpendelleuchte. Wombelpaul. Zierpenna. Sturoman. Österloh. Grönl. Grönl finde ich ist eine Tischlampe. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist. Knuppig. Knuppig ist auch gut. Pummelige Tischleuchte. Ich glaube, ich bin für Knuppig. Knitto. Boah, der wacht ja übel schnell. Pack mal alle 21 da rein. Nur reinlegen. Ja. Kannst du vielleicht zurück zur Basis und nochmal Narkotiks holen? Das wäre super gut. Dann müssen wir erst wieder welche herstellen, weil das waren die letzten. Beeil dich einfach so gut. Du kannst, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Dann können mich Lampenfische alle mal am Arsch lecken. Dann hole ich mir ein dunkleres Reiß. Okay, wir sind bei 40. Genau, bei 40. Okay. Das ist ja echt fies, wie schnell die aufwachen. Da hätte ich dann... Ich tauche hier im Kreis. Das kann halt echt ein bisschen dauern, weil ich erst noch Bären sammeln muss. Mach das in Ruhe. Was heißt in Ruhe? Beeil dich. Weil der ist schon bei 43,5%. Das kann echt noch hinhauen. Jetzt gerade du... Es wird dunkel. Oh Gott, wie soll ich das wiederfinden bei der Dunkelheit? Oh Gott, das wird... Das wird richtig unangenehm gleich. Yes. Aber es ist deine Aufgabe. Ich muss mich retten. Ah. 22 kann ich machen. Okay. Dann bringst du die gar nicht schnell hierher. Na? Das geht. Na? Gib Gas. Gib Gas. Ah. Ne. Ah. Irgendjemand muss gerade dramatische Musik einbauen. Nicht Afrika. Ich bin unterwegs. Vereilen Sie sich. Oh, es wird dunkel. Ich möchte Busch-Trommeln gerade. Du musst mich dringend retten, komm. Ich komme. Eurypterit-Arsch. Der will hier rein. Oh shit. Ich bin unterwegs. Ich greife hin an. Mit einem Schlag. Ich bin gerade unter. Wow. Hier ist alles voller Haie. What the fuck? Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Der ist fast wach. Ich bin gleich da. Ich bin wirklich gleich da. Also wenn du noch nicht am Tauchen bist, runtertauchst, dann ist es zu spät, glaube ich. Ich bin am Runtertauchen gerade. Oh mein Gott, das wird so scheiße knapp. Oh shit. Oh scheiße. Nein, es wach, es wach, es wach, es wach. Es ist zu spät. Nein. Ich bin gleich da. Oh fucking. Es ist fucking gruselig. Ah, das ist blöd. Ich bin da. Das war umsonst. Ja, es ist zu spät. Nein. Na gut. Oh fuck. Es wird fucking dunkel hier gerade. Ja. Wir gehen jetzt. Äh, ja. Ich tauche mal gerade. Oh leid, ich sehe gar nichts. Ich sehe einfach überhaupt nichts. Das ist alles komplett schwarz. Ich weiß gerade nicht mehr, wo oben ist. Das ist richtig. Oh Gott, da. Oh. Ich weiß gar nicht, wo wo oben ist. Fuck, es ist einfach komplett dunkel. Man sieht gar nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ich will hier weg. Ich schwimme zurück an Land, okay? Ist okay. Ich muss hier weg. Ich kriege gerade voll die Panik. Lass das. In der Hand. Iii. Kommt da jemand nicht hoch? Aua. Ich habe einen Pfeil im Kopf. Ja, geh aus dem Weg. Wow. Los. Ich used to be an Adventurer like you. Sauberwort. Hört sich nicht. Bitte. Okay. What the fuck? Was denn? Wenn ich laufe, wackelt der Pfeil in meinem Kopf. Ich habe gut get... Oh, das war... Der Pfeil war nicht meine Absicht. Was zum... Was zum... Wirklich nicht. Also, ich habe hier ein bisschen dekoriert. Oh, immer diese 50-50-Chance von USB-Anschlüssen. Das ist zum Kotzen. Falsch, falsch, richtig. Immer. Immer. Immer dasselbe. Ah.